Leute, wir begrüßen euch. Hier ist euer Super Tantalus und Mega Sub Zero 1000. Willkommen zum zweiten Part. Ja, Flower Cop. Ja, wir haben gerade schon mal eingestartet. Wir haben, weil wir hatten gerade ein paar Probleme mit der Scheiß-Nand-Rudler. Ende war es nicht so spart, aber wir haben einfach den Stecker davon rausgezogen. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ist auf jeden Fall nicht. Ja. Und wir haben, wie da war es, und heute waren wir nicht Cooper, sondern Hammer Bros genommen. Ja, Hammer Bros. Und wir wissen jetzt auch, wie man lüpft. Ja. Und Wolli schießt. Okay, vergisst du zumal. Mach, schieß Wolli zu mir. Ja, ich wollte nur direkt in den Mord. Okay. Okay. Also, wurscht. Alles, alles, alles. Pass. Zack. Zack. Schieß, schieß zu ihm. Zack. Schieß. Okay. Das ist so umständlich. Das ist so umständlich zu zweitest zu spielen. Ja. Schön gemacht. Das waren wieder drei Fußballspiele. Letzter Kampf war halt nur drei Fußballspiele drin. Und dann kommt man den Kopf vielleicht beenden, aber... Okay. Wenn wir leider nicht mehr sind, die jetzt nicht beenden ist, die Part. Wieso schießt ich nicht? Ich schießt ganze Zeit auf Pass. Ich... Ich drück ganze Zeit Passen. Aber jetzt wird der nicht schon ganz totales... Pass. 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 Argh. Scheiße. Das muss mich voll abgeschlossen, Mann. Oh, mein Gott. Drück. Drück. Nein! Schieß! Schieß. Ah, missen hat er... Ich konnte nix machen. Schieß! Ach, du hättest nicht voll. Schieß. Tobi! Schießt! 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 Ach, Bowser verpiss dich! Okay, lass mich... Geh, wechsel den Hammer, Bro! Oh, ich hab ihn! Scheiße, der hätt nicht Wolli gehen müssen! Das wär schön gewesen! Oh, Scheiß! Mann! Aber Britta hat den Ball! Ja! Der kleine Bonka! Du Bonka! Mach den! Ah! Gib's nicht! Das gibt's wirklich nicht mehr! Komm schon! Was hat das wirklich damit gefehlt? Ja! 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 Was? Was machen die hier für eine Scheiße? Oh Gott, ehrlich! Foul sie! Foul sie! Wolli! Schnappt! Ja! Geil das Tor! Ernest! Weiter, das ist ja gut! Naja! Ja! Guck durch das! Die Debrie! Schade, hat sie richtig gesehen! Hat sie Ball gehalten! Dann ist er doch weit gegangen! Ich glaube, er hat keine Zweifel gehabt! Ne! So! So! Und! Ähm, nachgezogen! Ähm, nachgezogen! Ach, sie wie die Scheiße! Ach, sie wie die Scheiße! Ja! Mist! Letzteschaftsverdämpfer! Oh! 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 So! Pas! Woll ich hier! Was? Willst du Peach? Ja! Woll die zurück! Ich mein, hör mal! Wie komm ich auf Fussi? Oh! 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 Woll die etwas für mich! Ich war nicht immer's schockiert! Ich hab nichts zu machen! Warte! Vergiss! Vergiss den Lüpf! Und Lüpf zu Vario! Bam! Oh man! Wann kriege ich endlich ein Lüpf-Tor! Ich hab nie die Idee! Ich hab nie die Idee! Ich hab nie die Idee! Die musste dann aber platzieren! Na dann mache ich's so gut! Ich hab nie die! nicht wechseln nicht wechseln jetzt holen holen nicht wechseln nicht wechseln ich mach dir mit den Hammer Bro Scheiss du bist so kritisch Kritik for the win die 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 Oh, nein, was? Oh, danke, Kritzer. Ach, der wird auch. Und? Du hättest das nicht mit Mario machen müssen. Das ist zu langsamerig. Komm schon! Oh, schon wieder. Wieso? Frag ich mich immer. Du magst, du magst. Wieso gehen die Bälle nicht rein? Oh, Pinkertoll sieht da so aus und schweil aus. es 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 steckst schießt die Köln das hat so ausgesehen als hätte ich geschossen ja Ok, passt! Schieß! Nein! Bono! Ich glaube, er sagte Bono. Es gibt ja einen echten Bono. Glaub ich. Mist! Scheiß Tod, ey! Ok, lüpf, lüpf! Schieß! Oh Gott! Der war cool! Lüpf, lüpf! Lüpf, lüpf! Scheiß! Spannendes erstes Spiel. Ja. Ja! 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 Ja. Ja! Genau! Danke! Ja! Ja! W bist du da! es ist ich bin nicht ich hab nie die ich hab nie die die Ehe der jetzt drin gewesen ist das geilste Tor gewesen Schnelles im Weg Hürde ich jetzt nicht der sah so schön aus Schnelles ich hätte sie anders machen sollen, dass man den auch in der Luft Ok, ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' Och Mann das geht doch nicht Och Och Vario, du fette Stück Scheiße Du stehst mir weg! Ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' wie man es nicht gehört hat aber das ist egal so Ok, ich geh' nicht runter Blüpf! Blüpf! Der war auch perfekt! Waren und das ist doch nicht geschissen Schnellen Torwart ist Ich hab' ich ich hab' ich ich hab' ich ach' Spiel mal zurück dann. Also lüpf zurück. Ich mach den nicht. Wenn der nicht reingeht, mach ich den sicher rein. Nein, schweiß. Lüpf, lüpf zurück! Alter, die Kay übertreibst du mir? Schatz. Lüpf, lüpf. Lüpf, lüpf. Scheiße, ich hab dich hier erst spät gesehen. Du hast die Zweiter gesehen. Ja, das hab ich erst danach gesehen. Ich hab dich schon aufgezogen. Scheiße. Shit. So, ähm. Den mach ich jetzt. Mach den, mach den. Und der geht. Nein, ja! Der muss zusammenkommen. Er ist schistig. Ich hab' eine neue Idee. Ich hab' eine Idee. Hey, pass mal. Ohne Scheiß. Ich hab' ne schlaue Idee. Ich hab' ne schlaue Idee. Hast du den Hildur in die Auto? Mario läuft in die falsche Richtung. Ich hab' ne schlaue Idee. Pass mal. Pass. Pass mal zu mir. Pass mal zu mir. Pass mal zu mir. Pass jetzt mal. Pass jetzt mal. Pass jetzt mal. Pass mal zu mir. Ich hab' ne schlaue Idee. Ich hab' ne schlaue Idee. Pass mal zu mir. Der war schon. Pass jetzt. Pass jetzt. Pass jetzt. Ich hab' ne drüber wegmachen. Ja. Ja. Oh fuck's jetzt mal zu mir. Ich hab' ne schlaue. Das muss mir viel fallen. No. Ich kann nichts machen. Jetzt 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 jetzt. Ich hab' ne schlaue. Oh man. Dann kann ich jetzt dran. Nee, den wollte ich jetzt nicht machen. Der ist einfach zu schnell gelaufen. Keine Ahnung was. Ja. Lauf doch, lauf doch. Pass, pass. Was ist das? Pass noch gut. Ja. Ja geil. Jetzt äh... Oh man, ich hab' dich... Was? Was hab ich denn jetzt? Nein, ich hab' ne schlaue. es ist es ist es ist jetzt es ist es ist ein die die er passt die 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 ich habe irgendwas gemacht es ist es ist es ist das 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 weiß ich ich konnte den Penner nicht aufhalten Pass mal da rätzt Atembrauch ins Tor Kannst mir auch mal nicht im Weg stehen scheiße verdammter Koopa also geht ey willst du mich eigentlich verarschen was hast du hier noch aus mit also es hackt es hackt ohne Scheiß geht doch hier nicht an ey also nein nein das wollte ich nicht st Wieso machst du deinen Scheiß wollte ich es nicht geh doch du scheiß Donkey Kong was was ist es es hier endlich Nein! Du scheiße! Okay, das war die Augen. Das war's. Ich bin ich. Wario! Wer in diesem Video hat unser Erinner. Ich bin nicht so Mario. Mit ihm ganz würd ich mich. Allerdings finde ich Mario besser wie Wario. So. Was? Was? Weckste ganze Zeit Wario mit Mario oben an den alten Tabellen in die Fresse ge... Scheiße, du Scheiße. Ich will gar nicht, dass Mario gewollt ist. Ist nicht wechseln, gell? Oh, bist du behindert, Hammerbro? Hast du gesehen, was der gemacht hat? Ja. Warte, ich will nicht wechseln, ich will nicht wechseln. Du bist der Vollhank! Was für ein Vollhank! Das gibt's doch nicht! Wie blöd kann man nur sein? Mach dir noch einen auf Zeitlupe und was macht ihr dann? Triff dir noch nicht mal! Alter! Übertreiben kann man's! Auch! Ja! Jetzt muss der aber reingehen! Ich schwör, wenn der jetzt nicht getroffen hätte, gell? Ja! Ich wär's ausgerüstet! Was machst du denn, Mario?! Schießt einfach in die Gegend rum! Ohne Scheiß! Was denn Shit ab?! Was denn Shit?! Was?! Was denn?! Was? Was? Wie sie lasten! Dass du? Was du? Du hast, du? Wir haben die es erst! Ja! Ab drei Tonnen wie südisch! Ja! Ab drei! Aber sag ja, du! Ja, du! Ab drei! es so war sie war und werft doch die Kananen nicht direkt die Städte schon das steht keine ich habe gedacht dass es uns über die Linie aber nein die 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 das die Einwohner Zeit richtig zu machen 2 da war machte machte auch bei uns aber nicht mehr ich wollte sagen sie sich nicht schütteln ich mache jetzt die du machst uns wieder das sich nicht ergeben das war Aber leider nicht drin, werde ich drin oder nicht. Oh, Mann. Ich bin nicht voll beleidigt. Wieso war der nicht drin? Scheiß auf Bowser, Mann. Verpiss dich. Ist ja beinahe mein Traumschuss geworden. Oh, ne... Ey. Was machst du? Ja, wichsen. Koks genommen. Was zur Hölle? Du hast doch ein Eintor geschossen. Sie verarschen. Wix. WTF. Wissens, was wir sind da noch. Beeil dich. Beeil dich. WTF. Die Zeit. WTF. Mach was, mach was. Pass. Den mach ich jetzt. Den mach ich jetzt. Geh rein. Mach den shit doch. Ohne scheiß. Mach den jetzt. Mach den jetzt. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, scho. Oh, scho. Er geht nicht so an. Ja, das ist schon so. Hä? Hä? Ich wechsle nicht. Ich mach das Traumtor. Ich müsste das mal. Wechsle, wechsle. Oh, du Wario, ey. Typisch Wario. Fett genug. Nicht fett genug, um ein Tor zu schießen, ey. Frisch doch, bist du verreckst. Hab ich auch nichts dagegen. Joa. Wechseln wir mal einfach. Mitten im Pass. Oh, Mann, der drin sein müssen, mal ganz ehrlich. Das hat dieser Scheißwort genommen. Von Hario. Kokain. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Passt zu Wario. Oh, Will, wollt ihr eigentlich... Ich weiß es nicht. Das hat sich immer nurkmalschengutrag von ihm zu haben. Wolle haben wir ihn ja nicht geschafft. Ja, Wolli. Du warst nur weg kurz. Ja, ja, живetisch. Es ist ganz signifikant. Ja, 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 das ist einjuste coli. Kein Bestเรic står. Das ist nichtsool. Ja, wie gesagt. Okay. Es steht noch alles auf. Ja. Was, was, was? Uuuuuh! Ja! Schön! Ich bin aber jetzt halt einfach auf die Glückseite. Ja, nicht. Ja, nicht. Wut. Schieß, schieß. Oh, mach den! Ich hätte es früher agieren müssen. Ja. Schieß, 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 schieß. Ich muss was machen. Spiel zu dem nächsten. Spiel zu dem nächsten. Was machst du? Uuuuh! Nein! Ich will noch ein Tor schießen! Ja! Komm schon, ich muss noch ein Tor sein. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Komm schon, ich mach das jetzt noch. Drück nicht, drück nicht, drück nicht, drück nicht! Oh, Mann! Ey! Verarschen! Äh, wir haben gewonnen. Trotzdem bin ich jetzt mal eingest. Oh, Mann! Der Lattenschuss! Wieso war der nicht drinnen? Oh, Mann! Das ist blöd. Scheiß auf die Kay! Also, drücken. Okay, Leute, wir sehen uns dann im nächsten Part, da haben wir drei Spiele gehabt. Ja. Im nächsten Part, da haben wir auf jeden Fall das Finale. Und im nächsten... Und im... Was heißt, das ist der erste... Tja, das erste nächste Spiel vom nächsten Cup. Ja. Ja. Mir ist die Gefeinheit gegeben. Dann hoch, wenn nicht, dann hoch und kommentiert. Und ich sag tschüss. Ich auch.